Erfolg freigeschaltet Nostalgie Dünen der Digeridoo Flamm, 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 flamm Fliem, flamm, bahn Yay, nächstes Level Auf, auf, da rein Wir müssen mich jetzt Kleinlinge sammeln Türkische Wände Ach siehste, ich wollte Ich wollte doch den Raymond gewechselt haben Weil irgendwie der mit dem kleinen Ding Warte mal Genau So, ja Weil irgendwie komme ich mit dem Ding nicht so wirklich ganz klar hier So Lass mich mal hier raus Und dann können wir eigentlich hier gleich im Jibberisch-Dschungel weitermachen Könnten wir eigentlich machen, wa Okay, gut, okay Weil irgendwie, sag mal, jetzt hier ein bisschen was übersprungen Und das finde ich jetzt nicht so toll So, Kung-Fu, Challenges, Heroes Da wollte ich rein So Was haben wir denn hier noch so Nettes? Okay, da leuchtet so ein kleines bisschen so Ach, das ist Gloom Raymond Aber ich glaube, ich nehme mal den ganz normalen Denke ich mal Ja, mit dem haben wir jetzt die ganze Zeit Und Wir haben sogar hier noch ein Glückslose-Extra So Ich wusste mal eben ganz kurz die Lumps wegnehmen hier So, mitnehmen meine ich So Und reichten 260 jetzt nicht eigentlich auch Damit wir hier Dings weitermachen können Und dann würde ich nämlich schon fast sagen Lass uns erstmal hier Olympus Maximus Äh, Maximus Soweit es geht Weitermachen Dann können wir nämlich erstmal diese Welt hier abschießen Und dann gehen wir noch wieder zurück Zurück zu den Ursprüngen Weil da müssen wir sowieso hin Ähm Weil wir ganz viele Kleinlinge noch brauchen Also von daher Würde ich mal so sagen Wir machen jetzt hier erstmal Uh, mit der Hölle, Hölle, Hölle weiter Und Ähm, ja Ne? Genau Guck mal, der ist hier schon wieder nur am Putzen, ey Der kann man bei mir ja weiter putzen Und wenn er möchte Kann er mir auch mal einen von der Palme wedeln Was? So Murphy, komm mal her Murphy, Murphy, Murphy So Hoch damit Und hoch damit Danke Genau Das kann man eben hierher kommen Ah Gott So Wer hätte damit gerechnet Wenn da noch so ein komischer Kasten zum Verschieben ist Ha So Au, au, au Au Okay, gut So geht das schon mal nicht Na, ich wollte auch da hin Ich wollte da hin Ich wollte da hin So 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 Äh Wait Das ist jetzt aber Au Okay Nein Nein, 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 nein So close So close So close Da bin ich einmal ruhig, um mich zu konzentrieren Und was passiert? Ja, shit passiert hier So Ähm Na Okay Das war miss Aber ich glaube Ich werde schon wieder so ein kleines bisschen unkonzentriert So mittlerweile, wa So Ja Ja Zweimal an die gleiche Stelle gesprungen Das ist natürlich Total Klasse Total So 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 Das lassen wir da jetzt mal schön rüberrutschen Das ignorieren wir jetzt einfach mal So Ich bin mal hier mit dem Ding hier noch nicht so ganz sicher Weil irgendwie Bin mir das Ding hier noch nicht so ganz gefallen Ah Wie soll ich denn an dem Ding vorbeikommen? Achso Okay Gut Ich sehe wie So So hoffe ich, dass das Ja Das war gar nicht mal so unerfolgreich Puh Was ein Stress hier Ey Meine Güte So Gib mir your heart Und dann Kann man hier weitermachen So 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 Oh Gott Hallo Na Öfters hier Ja 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 Ah Ja 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 Lach du mal Und flieg du mal Hauptsache du kommst hier weg So Murphy Das hoch Dann den Kumpel da Weg So Ihn weg Jumpen Das weg Das weg Nein Dämlich Dämlich So Also wie gesagt Ihn da weg Muss mich jetzt nur so ein kleines bisschen auf die Tasten konzentrieren Aber jetzt wird es natürlich ein bisschen actiongeladener So Warum? Ich habe doch ein Herzmann Und ich bin auch in kurzen Zeit nachdem ich mal getroffen wurde Unverwundbar oder nicht Oder Doch Oder weiß keiner Weiß der Geier Ganz egal Ich Egal So Ähm Ah Die Schlangen fressen mich Die Drachen oder je nachdem was das sein soll Aber ich befürchte ja das sind Drachen So Lauf Lauf Das ist das ist jetzt aber Das ist ja schon mal viel besser als eben gerade Bitte Nein nein Wieso Warum Nein Finde ich jetzt aber unfair So. Jetzt kommt da noch so ein komischer Kleinling an, ey. Okay, gut. Da wissen wir aber jetzt schon mal wieder, was uns ein bisschen weiter erwartet. Ja, genau. Nein, Raymond, du willst weiter an der Wand laufen und nicht einfach fallen, Mann. Du bist so dämlich. Ja. Okay, gut. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. So. Wieso fällt der? Ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so, ja. So. Nächster. Nein, Raymond, was machst du denn? Ey, wie macht der ab und zu echt ganz komische Sachen? Nämlich solche Sachen, wo man nämlich überhaupt nicht rechnet. Ja, und sobald er sich einmal festhält, rafft er es auch nicht, dass er da weiterlaufen möchte. Ah, ha, 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 alles verzwickt. Nein, ich wollte doch da, genau das wollte ich machen. Wisst ihr was? Ich mach da gleich einfach eine Stampfattacke und damit war's das. Was? So. So. Also irgendwie war's. So. So. Dann ihn hier fallen lassen. Danke. Darüber. Dann stellen wir da nochmal wieder neun fest. So. Ja. Ja. Uh, letzter Kleinling, letzter Kleinling. Raymond, lauf. Ich sag nie wieder letzter Kleinling. Uh, letzter Kleinling, letzter Kleinling. Raymond, lauf. So. Lauf, 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 lauf. So. Äh, okay. Sollte es etwa jetzt geschafft sein? Ich würd's voll Knorkel finden. Warum soll man da? Egal. Ja, das klingt gar nicht so verkehrt. Oh, meine Güte. Ah, das war jetzt aber überhaupt nicht ein Level nach meinem Geschmack. Na, okay, gut. Fehlen 40 Lumps. Wie immer. Olympus Maximus. So. Okay, also bei mittlerweile fünf Totenschädeln, also ist das jetzt auch kein Wunder, dass das jetzt nicht mehr so flüssig läuft hier. Aber ärgern tut's mich schon, ne? Hm. So. Auf, auf. Und das letzte Level. Vor der Music Stage. Wolke der Finsternis. Yeah. Yeah. Äh. Seht ihr? Wir brauchen nicht mal Endgegner. Ich mach mich einfach selber tot. Oh, oh, oh. So. So. Okay, und was passiert? Oh, oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich weiß nicht mal jetzt, was es sind. Es sind schwarze Lumps. Oh nein. Echt jetzt? Ja, komm, komm. Schrei nicht so. Einfach nur laufen, oder wie? Ja, auf jeden Fall richtig abspringen bei sowas. Ja. Wieder total toll vermasselt. So. Yay. Ich will das Herz. Ich will das Herz. Ah, ich will das Herz. Ich wollte doch einfach nur das Herz. Verdammt nochmal. Ah, okay. Ich kann, kann ich jetzt wirklich den. Okay, ich kann auf jeden Fall auch definitiv runterfallen. Das ist, äh. Letzte Erkenntnis, die hatte ich jetzt so. Das Boot da noch nie. Okay. Ich glaube, das ist besser, wenn wir mal versuchen, da links rüber zu kommen. Na, oder auch nicht. Wir gehen doch lieber rechts rum. Wie oft soll ich ein Atrophon, ey? Scheinbar ziemlich häufig. So oft kann ich gar nicht die Taste smashen, Mann. Oh, lauf, Rayman. Na. Lauf. Ah. Okay, gut. Ja, damit kann ich leben. So, lauf. 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 So, nochmal ein paar Fäuste hier. Loswerden. Ähm. Ich kann mich auch da unten festhalten. Das ist ja praktisch. Hehehehe. So. Ja, Rayman, wenn du da jedes Mal runterspringst, na, dann wird das hier nichts. Hä? Dann wird das nichts mit Prinzessin retten und den Prinzessin fü- Ähm. Ich meine natürlich, äh, Kuchen essen mit der Prinzessin. Meinte ich natürlich. Ne? So. Lauf. Lauf. Okay. Oh, das ist jetzt noch viel praktischer. So. Okay. 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 Warum? Warum hat mich das jetzt da so stark rüber geschossen? Und das wiederum gar nicht. Ne, ganz ehrlich, was sollen die Verarsche hier? Ach so, das sollen die Verarsche. Ne, aber trotzdem. Aber damit ich auf Anhieb rechnet? Dann ist das schon ziemlich fims. Na. Was soll das denn? Ey, hallo? Oh, 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 oh. So. Ja. Nee. Voll, ich will mein Herz wieder haben. So. So. Los. Flieg, kleiner Raymond. Flieg. So, Kleinling mitnehmen. Und hoch da. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh nein. Oh, das kannst du jetzt auch noch ohne Herz? Das habe ich doch eben nur so mit Glück hingekriegt, ey. Oh, noch gegen zwei. Oh, nee. Ey, nee. Au. Ja, genau das passiert dann eben nicht. Okay, gut. Stellen wir uns hier mal ganz sicher oben hin. Kommt ihr nämlich jetzt von der Seite? Und dann kann ich nämlich so super schön den kaputt machen. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Mein armes Herz. So. Eigentlich ist das, glaube ich, wenn man den Dreh einmal raus hat, der einfachste Bosskampf von allen. Schweine? Wieso denn jetzt Schweine? Und wieso sagt er auch noch Yay zu dem Schwein? Hilfe. Oh, Mann. So. Give me my Kleinling, please. Danke. So. Warum ist er da jetzt nicht so, wie es... Na, da... Ach, komm schon. Irgendwie ist gerade echt der Wurm drin. So. Also. Da drauf. Und dann hier hin. Und dann... Na. Nein. Das... Däh. Warum muss man auf manchen nur Stampfattacke machen und auf manchen nicht? Kann man die irgendwie unterscheiden? Ist das eine Schwein fetter als das andere, oder was? Ja, toll. Danke. Voll dagegen gebumst, ey. Oh, nee, na? So wie ich das Spiel kenne, sind das jetzt bestimmt drei Stück. Okay. Okay. Er hat auch eine riesengroße Wände. Ja, okay, gut. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, von wo er kommt. Das ist ja schon mal... Nein, sehr viel... Sehr viel wert. Rayman, irgendwie musst du dann auch ab und zu nochmal auf die Reihe kriegen, dass du springen möchtest. Okay? Nämlich jetzt möchtest du springen, okay? So. Erstmal mal den Schwein hier vertraut machen. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Da komme ich jetzt nicht ran. Sehr schön. So. Dafür haben wir jetzt auch jeglicher Treffer in diesem blöden Mist hier. Egal. Egal. Ich hätte es vielleicht doch nicht darauf anlegen sollen. Und den nächsten wieder kaputt. So. Ich behaupte mal, ich habe das jetzt schon in kürzester Zeit mehr kaputt gemacht als zuvor. So. Na, 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 na. So. So. Wieder rüber, 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 rüber. So. Na? Ja. Oh, 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 oh. Nein. Habe ich wirklich dieses kleine Ding da noch getroffen, war? Ja, 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 wuhu, yeah, mhm, huu, gegeben, wuhu, jede Menge Lumps, jede Menge Lumps, wuhu, ich schwimmen, Lumps, lam, dam, dalala, bam, 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 bam,